Hallo, liebe Schwellmer. Ich bin Jürgen Sapara mit Leib und Seele Schwellmer und Nordhesse. Als 52-jähriger Ehemann und Vater von zwei Söhnen habe ich mich in 2019 entschieden, politisch aktiv zu werden, um etwas zu verändern. Durch meine langjährige Berufserfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Elektromobilität bringe ich mich vor allem dort ein, zum Wohle unserer Region. Bei der Kommunalwahl am 14. März stehe ich für die Freien Wähler auf der Liste für die Stadtverordnetenversammlung in Schwalmstadt und für den Kreistag. Geben Sie mir Ihre Stimme. Vielen Dank.